herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich bin wieder unterwegs auf Lost Place Tour dieses mal mit dabei wie immer der Jens an einer weiteren location angekommen ist eine alte fabrik keine ahnung worum es ist hier handelt ist jetzt auch Lost schalten wir mal um und dann geht es los da drüben hast du gesehen Alter wie geil oh der Jens sagt so Alter wie geil Alter wie geil einen Durchbruch gemacht einen Durchbruch wohin die Frage wo der hinführt das werden sie gleich wissen Herr Jens ist ja der alte Urbex verrückte jetzt schauen wir mal wie der Karl runter geht wenn der Karl wieder zurück kommt wissen wir Bescheid so ich geh mal hinterher das muss aber alle gewiss sein 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 das haben wir früher was ist denn da los das Ding steht ja komplett unter Wasser die Kette so wo ist jetzt das Seidendienst was wo kommen wir jetzt in die Seite wo kommen wir in was in die seilige Seilgebäude ja aber schaut mal an wie viel Wasser unten drin ist oben ist aber Tür auf dass man rauskommen ja ich glaube gehen wir dann auch das Ding steht ja komplett unter Wasser das Ding steht ja komplett unter Wasser der Kette das muss wirklich auch ein gewiss sein na freilich weil jetzt ist es naja das war für kleine Fahrt da gehts jetzt wieder raus da gehts jetzt wieder raus ja dann machen wir die Zeit ja da ist halt ne krasse alte Fabrik da gehts jetzt wieder rein hm aber ob das besser wird Aufzug 300 Kilo da habt ihr aber auch schon zugemauert gehabt hat er zugemauert da da ich frage mich bloß warum da gehts noch da gehts noch da gehts noch von da hast du mir her kommen nein da gehts noch nein da sind wir natürlich wir sind oben durch ein langer Gang ja das war oben das ist auch nicht die Treppe nach oben wo wir gegangen sind ne doch wir sind vorne und so weit und sind wir gerade nach hinten achso ja das kann sein ja 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 ich weiß es nicht ich weiß keine Verdauerte hè du warst da wir kenne da ein Blutgevorte aus und angehen ich bin auf dem Händen und machen da auf deine Flüche alles gut alles lange ja ja ich denke wir flitzten aber mal so ey komm ich zack wot naja naja Alter, das ist ja mal eine krasse Halle, das ist aber eine richtig krasse Halle, da hinten geht es weiter runter. Hier geht es dann auch weiter. Krasser Scheiß. Ohne Scheiß guckt das da dran. Wahnsinn. Hat das alles abgeschlossen? Ja, es ist jetzt nichts bewegendes eigentlich. Muss man einfach so sagen, man nimmt es halt mal mit, weil man gerade da ist. Weil wir kommen eigentlich aus einem schönen Franken. Heute woher? Bamberg. Bamberg? Ja. Und jetzt waren wir heute mal unterwegs und dann sind wir halt da mal darauf geeiert. Hier? Ja. Das war richtig. Das war richtig. Das war richtig. Sicher, Jens, dass es runter geht? Ja, ja. Ohne, dass wir auf die Fretze fallen oder abstützen oder irgendwas? Ja. Das war richtig. Ich hab' nicht recht. Ach stimmt, da sind wir noch immer. Vor'n und nach vorne. Ja, da gehen wir doch raus. Und da geht's raus. Wollen wir doch doch? Ne, im Keller waren wir noch nicht. aber das wird natürlich viel anders, weil wir drüben nass und feucht 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 und nass da sind wir drauf und da sind wir rein da sind wir rein ja krasse alte Fabrik wie gerade eben gesagt ich kann euch leider nicht sagen was hier produziert worden ist keine ahnung der Tommy schreibt gerade da waren wir schon wer? der Tommy der Tommy Außenansicht, da waren wir doch noch nie nein Außenansicht, ja und dann würde ich sagen gehen wir wieder, packen wir jetzt na da waren wir noch nie da waren wir noch nicht und so wieder ab über die Mauer mit dem 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 mit dem